Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir HeatBot 2 und ich habe schon wieder gespielt, sehr lange sogar und hab die ganzen Karten erschaffen. Ich hab den Jek kriegt man schon als erstes, dann hab ich den Roni, dann hab ich die Tedia, Plass, Mittelfieder, mitfielder, Alter, das ist schon ein komischer Name, Plass, Mittelfieder, mitfielder Kuhn, hab ich das richtig gesagt? Golasu habe ich noch, Speedy Woldy habe ich noch und Kingstriker habe ich. Ich habe noch den Elton. Ku, Alexandra habe ich noch, Wingman habe ich noch, Champstriker habe ich noch, aggressive Scorer habe ich noch, Mohawk Minya habe ich und als Mann habe ich den Left. Und falls du es noch nicht abonniert hast, dann abonniere mal und abkläre die Denken. Also ich habe noch den Cat 4 Gessel und ich habe noch den Fanta 4, Green with Jaycee habe ich noch und dann habe ich noch noch Orange with Jaycee habe ich noch, Blue with Jaycee habe ich noch, Red with Jaycee. Habe ich es richtig gesagt? Schreibt in die Kommentare. Ja, ich glaube ich habe es falsch gesagt. Und ich habe noch. Der ist durch Spike. Der ist durch Spike. Der ist durch Spike. Der ist durch Spike. Ja, du Spike habe ich noch. Ich habe noch einen Flingsdruck. Ich habe noch einen Lightning Spike. Ich habe noch einen Bluestball und Classic Spike. Hat man ja immer. Und ich habe noch den Color Fuel Held. Also den Ruf-Ruf-Lightning T-Set. Und mein seltener Evie Held. Und habe den Snorkel-Gummis. Ist wie Google, gar nicht. Und meinen Schwanz habe ich einen Engel-Wing. Und ich spiele hier. Ich habe die gute Rede. Ich spiele jetzt überhaupt nicht. So. Ich rede schon ein bisschen. Und mein Cousin, Razy Beast, könnt ihr in YouTube schreiben. Der macht auch Videos und der hat Cacero Fight 3 heruntergeladen. Leider habe ich nur einen. Einen super Tag. Ich habe schon sehr viel gespielt. Und habe schon viele Fans. Wissen, Versteiger. Oh mein erstes Tor. Wissen. Wissen. Du solltest ich nur machen? Ne noch nicht. Ah, wissen. Wie schon. Wenn ihr es versucht, ihr könnt ja gegen mich spielen. Ich heiße Sadie, ihr wisst am ST. Alles klein, alles klein und zusammen. Ich akzeptiere euch natürlich. Wie gesagt, komm, ja, ihr könnt ja eine Runde gegen mich spielen. Aber trotzdem könnt ihr es mal versuchen. Ich habe nicht mehr darauf geachtet. Oh nein, der kriegt nicht zwei Tore. Oh nein, das tut mir leid. Ja. Abends doch, bitte. Geht ihr auf, bitte. Ich habe ein bisschen Zeit, was dabei ist. Ihr müsst einfach die Siegung der Nacht, wenn ihr nichts macht. Bitte? Man kann einem Gegner nichts machen. Wenn wir nicht schütteln, dann habt ihr die schnell abgemacht. Ihr könnt schnell abgemacht. Wenn ihr kommt. Ihr dürft nicht lange bleiben. Schaut mal raus, springen und so. Aber nicht. No way. Alter. 6-6. Ich verstehe nicht, warum ihr eine Plätze habt. Sorry wegen der Werbung. Nein. Ich will keinen Poker. Nein. Aus. Nein. Ich will nicht Instagram. Nein. No. Nein. 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 Hallo. 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 Weg mit dir Scheiße. Mach keinen Poker oder Mokai. Hör doch auf. Meine Fresse schreckt mich immer dabei auf. Ich hasse Menschen, die einfach Poker spielen. Ist unnötig. Ihr könnt das gerne spielen, aber es ist unnötig sowas zu machen. Geldverschwendung. Ihr bekommt nicht so viel Glück. Vielleicht verarschen die euch da nur einfach. Also ich finde es total bescheuert. Ernsthaft. Ich finde es einfach total bescheuert. Noch eine Runde. Macht mindestens noch zwei Runden. Mach euch auf und ja. Ich lasse es auch hier für euch stehen. Wie gesagt, ihr könnt mit mir befreundet sein. Ihr könnt mit mir spielen. Und ja. Ich habe noch nicht mal meine Kraft genutzt. Hör. Erste Kursche. Hör. 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 Das war die Zeichen.